Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich dir, wie auch du die theoretische Führerscheinprüfung mit 0 Fehlerpunkten bestehen kannst. Ich lasse wieder die Fragen und Antworten vorlesen und sage dir, auf was du dann achten musst. Trotz vorhandenen Gehweges auf der rechten Straßenseite fährt eine Person im Rollstuhl auf der Straße. Wie verhalten sie sich? Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann. Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit Ausweichbewegungen rechnen muss. Ich mache die Person durch Hupen darauf aufmerksam, dass sie sich falsch verhält. Also aufgepasst, du musst immer jede einzelne Antwort einzeln beantworten. Und zwar bleiben wir natürlich so lange hinter der Person, bis wir überholen können. Das ist richtig. Aber wir können auch mit großem Seitenabstand überholen, wenn das möglich ist. Die letzte Antwort lassen wir natürlich aus. Das wäre ja mehr als provokant. Wie sollten Sie sich verhalten? Unvermindert weiterfahren. Bremsbereit bleiben. Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. Auch hier wieder jede einzelne Antwort einzeln beantworten. Auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen und bremsbereit bleiben ist richtig. Würdest du nur eines von beiden machen, gilt die Aufgabe als nicht bestanden. Das ist eine sehr wichtige Frage. Es gibt auch hier wieder fünf Fehlerpunkte. Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig fahren? Weil die Fahrbahn glatt ist. Weil die Fahrbahn durch den falsch parkenden Pkw verengt ist. Weil die Sicht durch die Kurve behindert ist. Okay, wir sehen, wir haben hier Schnee auf der Fahrbahn. Dementsprechend ist die Fahrbahn glatt. Der weiße Pkw da vorne parkt falsch. Dementsprechend ist die Straße natürlich etwas verengt. Also wenn der Gegenverkehr auftaucht, das wäre ein bisschen blöd. Dadurch ist natürlich auch die Sicht in die Kurve eingeschränkt. Also hier sind alle drei Antwortmöglichkeiten richtig. Wodurch lässt sich die Fahrtüchtigkeit nach übermäßigem Alkoholkonsum kurzfristig wiederherstellen? Durch 15 Minuten Sport. Durch gar nichts. Durch das Trinken von zwei Tassen Kaffee. Hier musst du aufpassen. Die gleiche Frage gibt es auch nochmal mit. Wodurch lässt sich die Fahrtüchtigkeit nicht wiederherstellen? Aber in dem Fall wollen Sie wissen, wodurch sie sich wiederherstellen lässt. Und hier ist die richtige Antwort. Durch gar nichts. Okay, wir fahren mit 50 anscheinend innerorts. Hier musst du auf das Kind mit dem gelben Oberteil aufpassen. Das wird gleich hinter dem Auto auf die Straße rennen. Warum müssen Sie hier verzögern? Verzögern heißt in dem Fall bremsen. Wegen des Geländewagens. Wegen des Motorrades. Wegen des Kindes. Ja, also ganz klar. Hinter dem Fahrzeug hier rechts befindet sich ein Kind, welches zu seinen anderen Freunden über die Straße rennen möchte. Gut, wir sind innerorts auf einer Vorfahrtsstraße. Fahren knappe 40 kmh. Vor uns bremst einer. Hinter uns fährt einer. Ah ja, wir schauen uns den Film gleich nochmal an. Ihr müsst aufpassen, da ist ein Kind auf der Fahrbahn. Und da stehen Fahrzeuge. Okay, hier geht gerade das Kind über die Straße. Links rennt noch ein Kind. Aha, da. Ja, also hier links hinter dem Postauto rennt gerade ein Kind über die Straße und darum geht es wahrscheinlich. Warum müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren? Weil sich ein Kind auf der Fahrbahn befindet. Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist. Weil der gelbe Transporter anfährt. Okay, also wieder jede Frage einzeln beantworten. Wegen dem Kind, ganz klar. Hier links hinter dem gelben Transporter. Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist. Das ist auch richtig. Da wollen hier mehrere Fahrzeuge in die Tankstelle einfahren. Und da kann es zum Beispiel sein, dass hinter diesen beiden Fahrzeugen ein Motorrad oder Radfahrer rausfährt. Und wir möchten ja anscheinend hier an diesen Fahrzeugen vorbei. Dementsprechend kreuzen wir auch die zweite Antwortmöglichkeit an. Die dritte Antwortmöglichkeit ist falsch. Da der gelbe Transporter anfährt. Da ist nicht mal jemand drinnen. Der hat keinen Blinker gesetzt. Der fährt nicht an. Mit welchem Verhalten muss bei Personen am Fußgängerüberweg gerechnet werden? Sie betreten unerwartet die Fahrbahn. Sie kehren manchmal auf halbem Wege um. Sie blicken weder nach links noch nach rechts. Also bei solchen Fragen gehen wir immer vom Schlimmsten aus. Und hier ist alles blöd für uns. Deswegen kreuzen wir hier alles an. Wie wird der berauschende Wirkstoff von Haschisch im Körper abgebaut? Ungleichmäßig, zeitlich nicht abschätzbar. Gleichmäßig 0,1 Promille je Stunde. Gleichmäßig 0,1 Gramm je Stunde. Auch wieder das Schlimmste. Ungleichmäßig, man weiß es nicht. Dementsprechend nur die erste Antwort ankreuzen. Was müssen Sie bei der Beladung Ihres Fahrzeugs beachten? Mein Fahrzeug darf die zulässige Gesamtmasse maximal um 5% überschreiten. Ich muss die Ladung mit geeigneten Mitteln gegen Verrutschen sichern. Mein Fahrzeug darf die zulässigen Achslasten nicht überschreiten. Grundsätzlich dürfen keine Massen überschritten werden. Weder die zulässige Gesamtmasse, deswegen ist die erste Antwort falsch, die kreuzen wir nicht an, noch die Achslast darf überschritten werden. Deswegen kreuzen wir die letzte Antwortmöglichkeit an. Ich muss die Ladung mit geeigneten Mittel gegen Verrutschen sichern. Das ist natürlich auch richtig. Also wenn du hinten irgendwas drin hast und dann auf einmal bremst, dann baut dieses Teil natürlich Geschwindigkeit auf. Dementsprechend musst du es irgendwie sichern. Wer muss an einem Andreaskreuz mit rotem Blinklicht in Form eines Pfeiles nach rechts warten? Geradeaus Fahrer. Linksabbieger. Rechtsabbieger. Ja gut, ich hoffe, das versteht sich von alleine. Pfeil nach rechts, dann natürlich nach rechts. Wer hält falsch? Der helle Pkw. Beide Pkw. Der dunkle Pkw. Also wenn du natürlich rechts einen Seitenstreifen hast, auf den du halten kannst, dann bleibst du bitte da stehen und nicht da, wo der blaue steht, beziehungsweise der dunkle. Welche Fahrzeuge dürfen nur mit besonders großem Seitenabstand überholt werden? Straßenbahnen. Motorräder. Fahrräder. Also alles, was sich bewegt, Fahrräder, Motorräder, wenn die zum Beispiel langsam fahren, dann müssen die ja schauen, das kennst du vom Fahrrad, dann fährst du so ein bisschen Schlangenlinien, ja, weil du das Gleichgewicht halten musst. Das ist bei Motorradfahrern genauso. Die Straßenbahn steht da relativ stabil, deswegen bei Motorrädern und Fahrrädern lässt er etwas mehr Abstand. Sie haben sich irrtümlich links eingeordnet, möchten aber nach rechts abbiegen. Wie verhalten sie sich richtig? Ich fahre geradeaus weiter oder biege links ab. Ich wechsle vorsichtig in den rechten Fahrstreifen. Ich fahre geradeaus weiter und biege im Kreuzungsbereich rechts ab. Also, du musst ja aufpassen, du darfst die durchgezogene Linie nicht überfahren. Du siehst zwar in den Spiegeln, dass hinter dir kein Fahrzeug sich befindet, aber du darfst auf gar keinen Fall jetzt vorsichtig auf den rechten Fahrstreifen fahren und dann da abbiegen. Also die mittlere Antwort ist schon mal falsch. Ich fahre geradeaus weiter und biege im Kreuzungsbereich rechts ab. Das würde ja bedeuten, du fährst jetzt hier geradeaus in die Kreuzung rein und überspringst dann praktisch einen Fahrstreifen. Das wäre sehr gefährlich, das machen wir auch nicht. Dementsprechend bleibt nur die erste Antwortmöglichkeit übrig. Wir fahren geradeaus oder links, so wie es uns die Pfeile hier am Boden vorschreiben. Sie wollen aus einem Grundstück über den Gehweg auf die Fahrbahn einbiegen. Worauf müssen Sie achten? Gegebenenfalls ist ein Einweisen erforderlich. Immer zuerst auf den fließenden Verkehr auf der Fahrbahn achten. Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg dürfen nicht gefährdet werden. Wir fangen mal von hinten an. Natürlich dürfen die Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg, also sprich die Fußgänger und eventuell auch die Radfahrer, nicht gefährdet werden. Dafür ist gegebenenfalls ein Einweiser erforderlich. Also wenn du nicht sehen kannst, ob da jetzt von rechts oder links einer kommt, dann brauchst du jemanden, der sich da hinstellt und dir winkt, wenn frei ist. Zur zweiten Antwort immer zuerst auf den fließenden Verkehr achten. Hört sich ganz gut an, aber ist falsch, denn der Verkehr befindet sich ja auf der Fahrbahn und nicht auf dem Gehweg. Du kreuzt ja als allererstes den Gehweg. Also dementsprechend kreuzt du die zweite Antwortmöglichkeit nicht an. Was ist für umweltschonendes und energiesparendes Fahren wichtig? Kraftstoffverbrauch regelmäßig kontrollieren. Regelmäßig Motoreinstellung überprüfen lassen. Regelmäßige Motorwäsche mindestens viermal im Jahr. Also mit Motorwäsche hat das Ganze nichts zu tun. Einstellung des Motors und Kraftstoffverbrauch regelmäßig kontrollieren, das ist richtig. Und zwar, ja, dein Auto verbraucht ja eine gewisse Menge an Kraftstoff. Kommt natürlich immer auf deine Fahrweise an. Ob du jetzt innerorts fährst, außerorts, welche Geschwindigkeiten, wie du schaltest, wie du fährst, wie du beschleunigst. Aber du hast ja so einen gewissen Durchschnitt und wenn dieser Durchschnitt irgendwann mal abweichen sollte, also stärker, dann weißt du, dass irgendwas mit deinem Fahrzeug nicht in Ordnung ist. Das sieht man dann auch meistens, also wenn dunkler Qualm aus dem Auspuff hinten rauskommt. Das ist nämlich ein Zeichen von Kraftstoffüberschuss und dann weißt du, okay, da stimmt irgendwas nicht. Es kann sein, dass da in der Motorsteuerung irgendwas nicht in Ordnung ist. Deswegen sind hier die ersten beiden Antworten richtig. Welches Verhalten ist richtig? Okay, das ist eine abknickende Vorfahrtsstraße. Allerdings befinden wir uns nicht auf dieser Vorfahrtsstraße. Dementsprechend müssen wir warten. Ich muss den gelben Pkw durchfahren lassen. Ich darf vor dem gelben Pkw fahren. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Also wir lassen das Motorrad durchfahren, wir lassen den gelben Pkw durchfahren. Wir müssen einfach warten. Welches Verhalten ist richtig? Wir sind auf der Vorfahrtsstraße, möchten links abbiegen. Wir haben ja einen Traktor und eine Straßenbahn. Der Traktor interessiert uns überhaupt nicht, da wir auf der Vorfahrtsstraße sind. Deswegen muss der Traktor warten. Ja, interessiert uns nicht. Die Trambahn interessiert uns, denn die würde sich ja mit uns kreuzen, beziehungsweise wir kreuzen uns mit ihr. Und dementsprechend müssen wir warten als Linksabbieger. Ich muss den Traktor durchfahren lassen. Nein, das müssen wir nicht. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen. Das ist richtig. Ich darf nicht auf den Gleisen warten. Doch, du musst auf den Gleisen warten. Was willst du denn sonst tun? Fährst du schon auf den Gleisen? Wie verhalten Sie sich hier richtig? So, hier haben wir ein Vorfahrtgewehren. Dann, dementsprechend darf der gelbe Pkw zuerst fahren, denn er ist auf der Vorfahrtsstraße. Genau, danach darf aber der weiße Transporter vor uns, da wir wieder abbiegen wollen und dementsprechend wir uns mit dem weißen kreuzen würden. Also fährt erst der gelbe, dann der weiße Transporter und dann wir. Ich biege vor dem Pkw ab, das machen wir nicht. Ich lasse den weißen durchfahren, das ist richtig. Ich biege vor dem weißen Fahrzeug ab, das machen wir nicht. Also wir sind praktisch die Letzten, die fahren. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Das ist das Aufhebungsschild, in dem Fall für 60 Stundenkilometer. Auf den Anfang der Geschwindigkeitsbeschränkung. Auf ein Verbot, schneller als 60 Kilometer pro Stunde zu fahren. Auf das Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung. Genau, also ein Aufhebungsschild, dementsprechend Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Ganz klar, Gefahrenzeichen, rot dreieckig mit der Spitze nach oben. Auf eine Zollstelle, auf einen Bahnübergang mit rotem Blinklicht, auf eine Ampel. Es sieht aus wie eine Ampel und es warnt dich vor einer Ampel. So, jetzt sind wir automatisch in den Zusatzstoff gesprungen. Das heißt, diese 20 Fragen aus dem Grundstoff sind für Motorrad und Auto gleich. Und jetzt machen wir weiter mit der Klasse B. Also für den Autoführerschein kommen jetzt die klassenspezifischen Fragen. Sie wollen nach einem Kindergeburtstag mehrere kleine Kinder nach Hause bringen. Was ist bei der Beförderung in Ihrem Pkw zu beachten? Rückhalteeinrichtungen für Kinder brauchen innerhalb geschlossener Ortschaften nicht benutzt zu werden. Eine Rückhalteeinrichtung wäre ein Sicherheitsgurt. Das Anschneiden der Kinder mit den vorhandenen Sicherheitsgurten reicht aus. Und wenn hier schon steht, reicht aus, dann reicht es auf gar keinen Fall aus. Die Kinder sind mit den vorgeschriebenen Rückhalteeinrichtungen zu sichern. Ah, das klingt gut vorgeschrieben. Das klingt sehr, sehr sicher. Deswegen kreuzen wir das an. Also wenn du so eine Antwort hast und da steht irgendwo, es reicht dann schon aus. Das ist nie richtig. Wie verhalten Sie sich im Bereich dieser Gefahrstrecke? Nicht vor Wild ausweichen, wenn der Gegenverkehr gefährdet würde. Langsamer fahren, auf Wild achten. Abblenden und bremsen, wenn Wild in Sicht kommt. Hier sind alle drei Antwortmöglichkeiten richtig. Abblenden bedeutet, wenn du nachts fährst, dann fährst du ja meistens mit Fernlicht, damit du weiter sehen kannst. Und wenn Wild auf die Farben rennt, dann machst du das Fernlicht aus, also blendest ab, damit das Wild nicht in diesem Lichtkegel stehen bleibt. Langsamer fahren, auf Wild achten sowieso gut. Und bitte nicht ausweichen, links Gegenverkehr, rechts sind Bäume wahrscheinlich. Das wäre beides sehr ungesund. Übrigens nochmal ganz kurz zu dem Zusatzzeichen hier unter dem Gefahrenzeichen. Du hast ja hier drei Kilometer und links und rechts daneben sind zwei Pfeile. Und die sagen dir, dass dieses Gefahrenzeichen auf eine Länge von drei Kilometern gilt. Das gleiche gibt es nochmal ohne Pfeile. Dann bedeutet das in drei Kilometern, aber so in der Kombination auf eine Länge von drei Kilometern. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Okay, der Gegenverkehr wird anscheinend gerade überholt von dem Grauen hier. Ich fahre so weit wie möglich rechts. Ich fahre unverändert weiter. Ich bremse sofort. Also unverändert weiterfahren wäre blöd. Wir bremsen ab und schauen, dass wir möglichst weit rechts fahren, um diesen eventuellen Unfall zu vermeiden. Okay, die Frage möchte nicht vorgelesen werden, dann lese ich sie selber vor. Sie fahren außerorts auf einer Straße mit drei markierten Fahrstreifen für jede Richtung. Auf dem rechten Fahrstreifen fahren in größeren Abständen einzelne, langsame Fahrzeuge. Welchen Fahrstreifen dürfen sie durchgängig befahren? Also stelle vor, du fährst... Sie fahren außerorts auf einer Straße mit drei markierten Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung. Die durchgängig befahren. Sehr schön. Besser spät als nie. Also stelle dir vor, du fährst auf der Autobahn. Und auf dem rechten Fahrstreifen sind halt permanent LKWs mit 80. Du fährst 130. Dementsprechend benutzt du natürlich den einen Fahrstreifen weiter links, weil du ja die LKWs überholen möchtest. Also in dem Fall den mittleren Fahrstreifen. Nicht den ganz linken, da du ja immer möglichst weit rechts fahren möchtest. Ähm, musst. Ja, das wäre in dem Fall möglichst weit rechts, da du ja auch die LKWs überholst. Beim Bremsen bemerken sie, dass ihr Fahrzeug nach rechts zieht. Wie verhalten sie sich? Ich suche eine Fachwerkstatt auf. Ich öle die Bremsbeläge. Ich brauche das Problem nicht beheben, solange ich es durch Gegenlenken ausgleichen kann. Okay, also Öl, musst du die Bremsen bitte auf gar keinen Fall. Problem nicht beheben, das hört sich natürlich schon blöd an. Das machen wir auch nicht. Also wir suchen eine Fachwerkstatt auf. Mit den Bremsen ist natürlich nicht zu scherzen. Was gilt bei Dauerlichtzeichen? Klärt sich ja hoffentlich auch schon fast von alleine. Die linken beiden Fahrstreifen dürfen nicht befahren werden. Der rechte ist der einzigste Fahrstreifen, der befahren werden darf. Und wir auf dem zweiten Fahrstreifen von rechts müssen einen Fahrstreifenwechsel machen. Dauerlichtzeichen sperren den Fahrstreifen oder geben ihn zum Befahren frei. Dauerlichtzeichen gelten nur für mehrspurige Kraftfahrzeuge. Auf Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen besteht Haltverbot. Okay, also wir kreuzen die erste Antwortmöglichkeit an. Fahrstreifen mit Dauerlichtzeichen, Gehalte, Haltverbot. Das steht jetzt so nicht unbedingt im Gesetz. Jetzt sind wir hier auf einer Autobahn. Wenn ich diese Antwortmöglichkeit mit dieser Frage hier, mit diesem Bild vergleiche, dann würde ich jetzt hier nicht stehen bleiben. Kreuz mal das mal an. Sie möchten am rechten Fahrbahnrand parken. Wie groß muss der Abstand zwischen Ihrem Fahrzeug und der durchgehenden Fahrstreifenbegrenzungslinie mindestens sein? Das sind drei Meter. Alle Zahlenfragen findest du übrigens im Videokurs erklärt und gebündelt. Hier musst du auf den Gegenverkehr achten. Also es kommt ein Fahrzeug hier entgegen, ein Geisterfahrer. Der gelbe hier vorne. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen. Ich fahre so weit wie möglich nach rechts. Ich bremse. Also wir fahren so weit wie möglich nach rechts. Bremsen, ja wir werden wahrscheinlich auch bremsen müssen, da der Vordermann hier auch bremst. Ja, sonst fahren wir dem ja rein. Das Risiko beim Fahren eines Kraftfahrzeugs, einen Unfall zu verursachen, ist zwischen dem 18. und 24. Lebensjahr deutlich erhöht. Welche Ursachen sind dafür häufig von Bedeutung? Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Erhöhte Risikobereitschaft. Zu wenig Fahrerfahrung. Also Überschätzung der eigenen Fähigkeiten. Du denkst einfach, du bist besser, als du wirklich bist. Das ist richtig. Erhöhte Risikobereitschaft. Ja, die Kurve geht auch bestimmt mit 80, obwohl da 70 steht. Und zu wenig Fahrerfahrung auf jeden Fall. Also du hast ja in der Fahrstunde, wenn du deinen Führerschein hast, dann hast du in deinen Fahrstunden ungefähr so 600 Kilometer hinter dir. Das macht ein Fahrlehrer in zwei Tagen. Also die Fahrerfahrung, die du in deiner kompletten Ausbildung gesammelt hast, die hat ein Fahrlehrer in zwei Tagen gesammelt. Und dementsprechend ist es so gut wie noch nichts passiert. Du hast sehr wenig Fahrerfahrung. Sie möchten ihr im Kraftfahrzeug befestigte Smartphone als Navigationsgerät nutzen. Was sollten Sie beachten? Ich sollte die Sprachausgabe des Geräts benutzen. Ich sollte das Gerät möglichst nicht während der Fahrt bedienen. Ich sollte das Fahrtziel bei stehendem Fahrzeug eingeben. Das klingt doch alles gut. Handy nicht anfassen, wenn es geht. Möglichst während der Fahrt nicht bedienen. Und ja, nur im stehenden Fahrzeug. Tipptopp. Wir haben alle Fragen durch. Dann schauen wir mal, ob wir die Prüfung bestanden hätten. Null Fehler. Wie immer. Herzlichen Glückwunsch. Falls du noch irgendwelche Fragen hast, lass es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten, wenn du weitere Hilfe benötigst, dann schau doch mal unten in den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kommst du zum Videokurs oder zum Hörbuch. Wenn du gut durch Hören, durch Zuhören lernen kannst, dann empfehle ich dir natürlich das Hörbuch. Da werden dann die amtlichen Prüfungsfragen mit den richtigen Antworten vorgelesen. Und wenn du einfach ein bisschen mehr die Fragen und Antworten verstehen möchtest, dann empfehle ich dir ganz klar den Videokurs. Da erkläre ich dir innerhalb von fünf Stunden die Themen, die in der theoretischen Prüfung drankommen, damit du die Prüfung hier auch auf Anhieb bestehen kannst. Okay, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.